Der nächste Comic Drop steht vor der Tür. Außerdem bekommen wir Alice im Wunderland als erstes NFT auf Vibi und ich habe auf jeden Fall eine sehr interessante Ankündigung für euch, das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vibi OG mit den wichtigsten Vibi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, starten wir heute direkt rein ins Video, um das Ganze natürlich wie immer so kurz wie möglich zu machen. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an und der findet tatsächlich auch schon heute statt, nämlich um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer im Blindbox Format und das Ganze ist Amazing Spider-Man, Hashtag 31 aus dem Jahre 1963. Das Ganze natürlich wie immer mit exklusiven Rare und Ultra-Recover. Außerdem haben wir die First Appearance von Gene Stacey dabei, ich hoffe ich spreche es in dieser Stelle wirklich richtig aus und Harry Osborn, in dem Fall seine Freundin und seinen besten Freund, die wir hier als ersten Auftritt in diesem Comic haben. Die Drop Details selbst sind natürlich an dieser Stelle auch ziemlich interessant und hier sehen wir tatsächlich eine neue Änderung und möglicherweise ist das tatsächlich hier auch der nächste Standard für die Comics und zwar nämlich 7500 Editions statt 10.000 Editions. Ist das jetzt das neue? Ja, jetzt sage ich jetzt mal so 10.000, wir wissen es nicht, vielleicht wird es der neue Standard für die kommenden Wochen, Monate, wer weiß es. Auf jeden Fall sehen wir hier 750.000 Editions insgesamt, Listenpreis natürlich wie immer bei 7 Gems und natürlich sehen wir hier dann insgesamt ja auch eine deutlich geringe Stückzahl bei den Commons bis auch auf die Secret Dress. Insgesamt bei den Secret Dress nur 188, davon werden natürlich nochmal die abgezogen, die für Vivi bzw. Marvel einbehalten werden. Das heißt wir können hier in etwa ja vielleicht mit 150 Secret Dress rechnen, was ziemlich wenig ist und wenn wir uns auch nochmal die Daten hier auf Go Collect anschauen, ja dann sieht das eigentlich ziemlich gut aus, denn hier wurde nämlich eine 9.6 für 12.000 verkauft und ich habe tatsächlich auch andere Daten, die ich an dieser Stelle mal einblenden werde, wo tatsächlich ein Comic für sogar 96.000 verkauft wurde. Das war natürlich eine 9.8, aber nichtsdestotrotz ist das Comic an dieser Stelle tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Ich persönlich werde das Comic auf jeden Fall mitnehmen, da für 7 Gems und die geringe Stückzahl hier auf jeden Fall das Ganze doch recht interessant werden könnte. Wir sehen bald Alice im Wunderland auch hier auf Vivi als NFT und das nämlich schon am Mittwoch um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze im Blindbox Format mit insgesamt 3 Versionen. Ich gehe davon aus, dass wir neben Alice hier auf jeden Fall noch einige andere Charaktere sehen werden bzw. es sind in dem Fall zwei Charaktere, welche das sein werden. Die könnt ihr mir auf jeden Fall sehr genau unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was wir an dieser Stelle sehen werden. Nichtsdestotrotz ist es aber auf jeden Fall die First Appearance, die wir hier sehen werden und es wird anscheinend wieder auch hier eine Character Series geben. Das heißt, wie man sie auch schon lesen kann, Golden Afternoon Character Series. Das heißt, es wird mehrere Versionen hier auf jeden Fall auch noch in Zukunft von Alice im Wunderland als NFTs geben. Es gibt außerdem eine sehr erfreuliche Ankündigung, denn ich werde nämlich am Freitag live gehen und nämlich meinen ersten Collector Talk machen. Und das nämlich mit dem guten Chris, wie wir reisen und Enrico, beides Comic-Experten. Das heißt, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest und deine Fragen hier live Comic-Experten stellen möchtest, dann komm auf jeden Fall sehr gerne in meinen Stream am Freitag um 20.15 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und ansonsten gibt es auf meinem Instagram-Account hier wöchentlich auf jeden Fall eine kurze Zusammenfassung, was so das Wichtigste war. Das heißt, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst und so ein wöchentliches Breakdown einfach bekommen möchtest, dann folg mir auf jeden Fall dort sehr gerne. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Zum Schluss des Videos gibt es außerdem noch einen ganz kurzen Fun-Fact. Und zwar war nämlich in etwa vor einem Jahr tatsächlich der VW Bull Run. Für die Leute, die sich gar nicht mehr daran erinnern können, dass tatsächlich auch die Preise mal höher sein können. Ja, hier ein schöner Screenshot vom Vault, wo er etwa gerade bei 30.000 Gems lanciert. Es ist tatsächlich etwas, was hoffentlich irgendwann wiederkommen wird. Aber hier auf jeden Fall ein kleiner Fun-Fact am Rande des Videos. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib doch sehr gerne dem ganzen Video ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen mit der Götter Hand. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.